Nächste Woche entlockert an der Tür, mach ich die Tür auf, bin gleich in der Küche hingeschockt und einen Kaffee getrunken. Er sagt, der Maier kommt von Zürich und er wird Staubsauger vertreten. Er sagt, ist mir scheisse egal, von wo er kommt oder wie er heisst, und Staubsauger brauche ich keine, ich habe eine Frau daheim. Er hat sie dann nicht abwimmeln lassen, ist er dann reinkommen, hat seine 200 Teile hier ausgestellt, hier auf dem Kochenboden. Dann sagt er zu mir, jetzt muss ich noch einen Stall raus, einen Köbel-Meschki holen, Köbel-Bschötti. Er denkt ja, für was braucht der Beschötti? Ja, da bin ich dann raus, in den Stall raus, wo ich wieder zur Küche in die Tür reinkomme, röpft der Maier den ganzen Köbel zur Hand aus und lädt die ganze Hure-Bschötti über den Kochenboden aus. Dann sagt er, hey, dann sag, bist du jetzt ein Sohn, lass mich mit, denke ich, wieder fressen. Dann sagt er, ja, ich muss mich jetzt nicht alles aufregen. Den Staubsauger, den sauge ich jetzt alles auf. Und wenn ich nicht alles aufsauge, darf ich es persönlich noch mit den Zungen aufschlecken. Dann sagt er, ja, du verdammt, du kannst gleich anfangen, wir haben nämlich keinen Strom in den Hütten.